Hey, hallo Leute, hier ist Eimark von Hedgehammer Film. Willkommen zu Dreamteam mit Jay Casey. Ja, mit mir. Wir waren das letzte Mal in der Mine und das letzte Mal ist für uns genau ein paar Sekunden her. Ja, ich bin der kleine Junge mit dem Stimmbruch. Ja, das machst du wirklich exzellent. Hast du was zu essen? Nee, das ist mein Problem. Ich muss nämlich gleich wieder hoch, um genau dies zu erledigen. Ich geh mal. Ich hab Hunger. Okay. Das nervt. Dann soll ich lieber mit deiner dunklen Stimme reden. Nein, das kannst du auch nicht. Okay, ich bin jetzt Ruhe. Ich bin jetzt Ruhe. Ich bin jetzt Ruhe. Ist auch bestes Deutsch, würde ich mal sagen. Beste. Oh nee, hör auf damit. Ich versuche mal hier rauszufinden. Du bist so alt dafür. Ach, dankeschön. Ich verschwinde. Ich will nicht. Wer mich als alt bezeichnet. Echt? Nee. Ich hau ab. Aber ich finde das schon beeindruckend, dass du in deinem Alter noch Minecraft so spielst. Hallo? Wie alt ist denn der William Kramer oder wie der heißt? Wilhelm Kramer. Das ist, glaube ich, meiner Meinung nach, der hat mal gesagt, dass das nur ein, ähm, ändert die Stimme nur. Der ist gar nicht so alt. Ah, meinst du? Ja. Irgendwie ist das schon komisch, wenn der so spricht. Also ich will jetzt nichts Schlimmes dagegen sagen. Ich finde es lustig, wie der eine Begrüßung macht. Hallo, meine Freunde. Das ist mittlerweile mein 194. Ja, mein 194. Willkommen zu Wilhelm Kramer. Let's play. Nein, der sagt doch immer, hallo, meine Freunde. Boah, kann ich noch heilen nach Hause? Das ist mittlerweile mein 149. Video auf YouTube, Freunde. Oh, meine Freunde. Dort ist eine spinnevolle Tür. Beischauen. Ich weiß. Die ist nur fixiert auf dich. Gut. Und dafür lässt du dann die Tür offen, oder? Meine Güte, da muss man dich echt für bestrafen. Nein, bitte nicht. Ich habe noch viereinhalb Herzen. So, ähm. Schlafen, gute Nacht. Hey, ich möchte aber noch nicht pehlen. Hey, es ist schon 21.22 Uhr. Ich bitte darum. Das stimmt. Das stimmt sogar. Jetzt wisst ihr immer, wann wir aufnehmen. Wir haben kein Real Life, wisst ihr? Nein, das ist ein Standard. Du kannst jetzt nicht schlafen. Es sind Monster in der Nähe. Nein, wirklich? Nein, hör auf. Es waren Monster in der Nähe. Du kannst jetzt nicht schlafen. So, erstmal hier das Eisen rein. Jetzt aber. Ich muss erstmal so viele Sachen hier reintun, Casey, wie vorhin. Oh, kann ich das nicht morgen früh machen? Ich bin müde. Ja, dann geh doch du schon mal schlafen. Aber ich kann jetzt nicht. Okay, ich sauf mir erstmal. So, jetzt aber einschlafen. So, und Whisky vor dem Schlafen gehen und so, ne? Wir haben hier echt ein Problem. Mit Essen, habe ich das Gefühl. Wir müssen uns da mal drüben kriegen. Wir müssen mal Gartenarbeit betreiben. Haben wir nicht schon welche? Es heißt nicht umsonst live in the woods. Ja, stimmt. Woods, das ist der Teil. Zucchini-Seed. Ich pflanze mich nicht an. Oh, ich betonen sollte. Dann haben wir noch T-Seeds, Pineapple. Also, äh, Pineapple ist, ähm, Ananas. Dann haben wir noch Radiesien. Zucchini schon wieder. So, ich organisiere mich hier immer ganz kurz. Und ich hatte vorhin einen Erdbeerwurst. So, perfekt. Ich bin fertig. Ich kann rausgehen. Ich kann rausgehen. Du nicht. Ich bin erster. Ach, du mich. Du mich auch mal. So. Wir sind immer so nett zueinander. Ja, ist auch sauberlich, ne? Äh? Hätte ich mir gedacht, dass ich so nett zu dir sein kann. Ne. So. Ach, scheiße, Mann. Das ist doch so. Ich habe keine Ahnung. Nein, das ist doch so eine Scheiße. Haben wir keine Ho? Wir hatten mal eine. Ich habe eine. Ich gebe dir eine. Gib mir die Ho, ey. Da. Da hast du die Ho, ey. Danke for hey. For the Ho, ey. Ey, hast du mich gerade A genannt? A mag A. Ach, ne, wir kriegen schon. Die Folge heißt einfach A. Die Folge heißt einfach bei mir A. So, ich pflanze hier mal oder versuche was anzupflanzen. Was soll denn hier? Pineapple, okay. Guck mal. Dann haben wir hier Tee. Was ist denn das? Brokkoli. Ich habe Brokkoli, Casey. Oh. Dann haben wir hier noch Zucchini. Da habe ich zwei von. Ja, geil, Lomatico, ey. Turnip. Ich weiß immer noch nicht, was Turnip ist. Das ist sowas wie... Äh, na, wie hießen die Dinger da? Diese weißen, kohl-kleinen Dinger, die aussehen wie Radieschen. Ich muss wieder hier... Was? Ich muss wieder hier so ein bisschen Strip machen. Boah, du bist ja voll süchtig, ey. Ja, wisst ihr, weißt du echt, das ist so... Scheiße, dass man... Nein, ich gehe nicht, ich gehe nicht, ich gehe nicht Strip machen. Jetzt hast du mich jetzt darauf so abgebracht. Können wir irgendwas anders? Jetzt habe ich keine Lust mehr. Jetzt bin ich echt sowas von beleidigt. Es nervt mich langsam. Kannst du nicht mal Ruhe geben, bitte? Beep in der Live-in-the-Wood-Szene? Ja. Hallo, Christian. Grüße an dich. So. So, ich schenke dir auch was. Guck mal hier. Wo bist denn du? Hier. Da. Guck mal hier. Oh, dich, aber schön. Das ist ein Erdbeerbusch. Dort. Da, das ist ein Erdbeer raus. Lol. Strawberry. Lol. Gib mir die. Ich war erst geschenkt. Oh, du Arsch. Ist das Dach fertig? Ja. Äh, nee, hier fehlt noch eine Treppe oder so. Oder die ist falsch platziert. Der anderen Seite fehlt noch eine Treppe. Ja, hier ist die falsch platziert. Jetzt zeigt mal wieder Cases Baukünste. Hallo, meine Baukünste sind gut, ja. Ey, sag nichts gegen meine Baukünste, ey. Da ist noch eine Treppe. Sonst würde ich mein Bruder den Baummeistern. Da fehlt noch eine Treppe. Ey, kannst du schwimmen, ey? Ey, du da. Ich kann schwimmen. Ich suche gerade... Nein, ich baue mir jetzt erst mal... Ich mache mir jetzt diese eine Treppe, okay, Casey? Mhm. Was ist denn eine Treppe? Ja, diese eine, die hier fehlt. Oh, ich hasse Wasser. Ströme. Ich höre dir witzig dran. Warte, geht's hier rein? Nein, hier geht's nicht rein. So. Reicht mir langsam, ja. Ja, manchmal träum ich von Minecraft. So. Das ist alles klar. Wir können ja mal ein Thema anschneiden. Wir haben hier so viel... Für die fünf Minuten oder so, die wir noch haben. Bau doch nach, wenn du dir nicht sicher bist. Sieben Minuten. Mega. Mega? Was? Spiel? Mega? Spiel? Mega Spiel? Was kommt da dazwischen? Rate ich spiel jetzt. Mega? G? Mega was? Mega Gewinnspiel? Ja. Ja. Unser allerliebst. Ich habe mir heute ein Video angeguckt von dem Videoamt. Kennst du, ne? Ja, ja, ja. Ist ja Hammer. Typ. Ähm. Ich weiß nicht, was wir von Mega Gewinnspiel halten sollen. Ich muss zugeben, ich habe früher, vor sieben Monaten oder so, habe ich da auch mal mitgemacht. Dabei wusstest du natürlich nicht, dass das alles nur Farke ist, ne? Nein, wusste ich nicht. Ich war natürlich total gierig auf die Gewinne. Ich meine, es wäre aber auch ziemlich unlogisch gewesen, wäre das kein Farke gewesen. Weil, äh, wer kommt bitte so an solche Sachen? Ich meine, wenn man null Abonnenten hat und dann direkt schon so ein Special, so eine Verlosung machen kann. Ja. Also meiner Meinung nach war das schon immer... Aber ich muss sagen, es ist eine gute Idee, wie er das gemacht hat, finde ich. So Sachen bestellen, dann wieder zurückschicken. Aber das dann sagt, äh, das mit den Gewinnern. Also hätte er Reviews gemacht oder so. Aber es müsste doch Amazon aufgefallen sein, oder? Ja, irgendwie ist es auch blöd, ne? Ja. Es gibt ja auch so Käufer... Ich weiß nicht, warum Amazon das nicht aufgefallen ist, dass man, äh, dass der immer wieder, immer die gleiche Adresse, das immer wieder zurücksinnet nach drei Tagen oder so. Ja. Es gibt ja auch, äh, so Käufer, die, äh, ich weiß nicht, gibt's Otto noch? Otto? Ja, ja. Also irgendeine von diesen... Neckermann ist, glaube ich, weitergegangen. Äh, die kaufen einfach was ein, probieren das dann an und dann, nö, will ich nicht. Und dann, aber die kaufen nicht nur einmal, sondern so in Massen. Oder es gibt Leute, die auch kaufen und nie bestellen, ne? Äh, ich meine nie bezahlen. Ja, das gibt's auch. Dann gibt's natürlich auch die Kategorie Kaufsüchtige, ne? Genau. Das ist aber eine ernstzunehmende... Bestellen, bestellen, bestellen. Alter, weißt du, was gerade passiert ist? Nein. Ich schaue so gerade nach draußen, also in real life. Ja. Ich schaue so gerade nach draußen und da bewegt sich etwas hinter so einem Busch, ne? Und ich denke gerade im Ernst, dass es ein Creeper ist. Ich habe mir das gerade im Ernst gedacht. Ich habe jetzt nicht gedacht... Ich hätte ein Herz in den Fock gekriegt. Ernsthaft? Ich habe gerade gedacht, das muss ein Creeper sein. Und dann habe ich mir gerade realisiert... Ach, wir sind doch gar nicht in Minecraft. Oh, Mann. Alter, das war ernsthaft gerade so, ne? Ich schwöre, ich schwöre, Digga. Das war wirklich Sinn. Ich schwöre. Ne, also, was war das bitte gerade? Ich glaube, ich bin ein bisschen betrunken, obwohl ich nichts getrunken habe. Ja, das ist die real life Realität. Schubs ich sie runter, oder schubs ich sie nicht? Nein, du schippst... Hör auf, du! Okay. Ich wollte gerade was sagen. Scheiße, ich habe... Ich dachte, es gäbe noch eine Kuh hier in der Nähe, aber nur Pferd. Hätten ist ein Apfelbaum. Ich muss da hin. Pferd! Ich kann das Pferd schlachten. Okay, sie kannst du, kannst du mal ganz kurz, äh... Hey, Nudel. Du kannst du mal ganz kurz, kannst du mal ganz kurz die hier braten geben? Dann gehe ich schon mal rüber und dann... Was kriege ich dafür? Nein. Du kriegst davon eins ab. Okay. Eigentlich müsste man doch die komische Schwimmanimation hier sehen. Ist doch der Gulliwarmod installiert. Entschuldigung, kann ich irgendwie noch was drücken. Tja, dann braten wir doch morgen. Und ich fress meine letzten drei Bären. Ja, manchmal träum ich von Minecraft. So. Was ist? Hast du nicht gemerkt? Wir haben beide wieder so gesagt. Schon wieder. Hä? Mann, der war doch gerade... Achso, ein Apfel. Ja. Ich glaube, Marc ist total verwirrt. Ich bin gerade nicht gut drauf. In dem Sinne, dass ich zu verwirrt bin, um aufzunehmen. Oh. War ein Fehler. Nein, das war kein Fehler, Marc. War ein Fehler mit dir in diesem Teamspeak hier in meinen Aufnahmeraum zu... Du weißt doch, ich muss meine Sucht befriedigen, mit dir aufzunehmen. Ich muss doch... Ich muss mal... Ich habe noch eine Story zu erzählen, okay? Okay, wir fragen erst mal, wo bist du? Das sind die Marc's Real-Life-Stories. Ja. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerschaft, zu Marc's Stories. Heute mit dem Thema Teamspeak und YouTube. Es war einmal der 3... Lass es den 13.04.2014 sein. Ich, Marc von HitGamLP, habe unwissend ein Video von meinem Teamspeak hochgeladen, in dem ich die IP gezeigt habe und gesagt habe, kommt doch mal drauf, dann können wir ein bisschen plaudern. Nach ungefähr 2 Minuten kam die erste Person drauf. War so ganz komisch. Und... Dann habe ich dann... An diesem Tag muss ich selbst die Bannen, auf jeden Fall. Und... Ich weiß, das ist keine... Das sind meine Äpfel. Was wird das hier, Casey? Das kann ich alles wieder abbauen, ey. Hallo, da sind Äpfel drauf. Ja, aber die kann man sich auch später holen. Die muss man doch erst... Ich habe Hunger. Hier. Deine Story, erzähl. Ja, auf jeden Fall. Es kamen da ganz komische Tüten drauf, dann habe ich das Video wieder privat gestellt. Ende. Okay. Kann passieren. Also, wenn ihr meine Teamspeak-IP haben möchtet, dann fragt mich bitte private Nachrichten oder Skype oder... guckt auf meinem Kanal vorbei, das ist ein öffentliches Video mit seiner Teamspeak-ID. Nein! Ich wollte jetzt nur ein paar Zuschauer auf meinen Kanal, weißt du, ich bin doch famegeil und so. Oh mein Gott, stimmt. Wie haben wir noch zum Aufnehmen? Ach, diese Frage, die mag ich nicht. Zwei Minuten ungefähr. Zwei Minuten, ja, dann nehmen wir jetzt schon einen Stopp hier, ja? Dann muss ich nämlich nicht so lange hochladen, okay? Ach komm, die zwei Minuten können wir auch noch. Jede Sekunde kostet wahrscheinlich bestimmt eine Minute jetzt. Oh, ist aber schlimm. Es ist ja die Qualitätswoche. Bei mir dauert jede Minute eine Stunde, weißt du. Gut, dann tschüss, sehr verehrte Damen und Herren. Ich muss aber erst nach Hause kommen. Das geht so nicht. Und bis dann. Euer Marc von HateBidding. Im Ernst, jetzt? Ja, ich habe meine Folge jetzt beendet. Ich lasse den Server aber noch laufen, kurz, bis du wieder daheim bist. Oh Mann, okay. Dann. Oh Mann? Dann verabschiede ich Marc in meinem, äh, warte mal. Marc. In meinem Namen. Auf meinem Kanal. So, da ist der Marc, der sagt jetzt. Tschüss, meine lieben Leute. Das war von Marc. Und ich sage auch Tschüss. Hey, ich habe nicht so eine hohe Stimme, ja? Das war höchstens Craft-Normann-Parodie. Aber es war nicht ich. Willst du mich jetzt mit dem Farott in Fleisch erschlagen, oder was? Schlag mich. Schlag mich damit. Okay, so. Tschüss. Tschüss. Sehr motivatiert.